die Uhr, die Uhr, die Uhr. Scheiße, ich hab das schon gesagt, halt drei. Ja, halt drei, ne? Kann man nicht sagen, man. Die Jugend von heute. Hab ich schon heute im Radio gehört, man. Was? Du bist morgen auf ein Leipzig? Mit der Jugend von heute. Ja, ja. Saufen und Scheiße. Und ja, diese Typen, die dann auch alle heroinabhängig waren. Ja, ja, die wir interviewt haben. Ich hab voll krass, meinte der. Raffel ist der in April.